Peppa-Wutz-Geschichten Lasst uns springen! Dinosaurier! Mama Wutz hat Peppa und Schorsch heute in einen besonderen Spielzeugladen mitgenommen. Hallo! Ich suche nach einer Mama und zwei Kindern für ein besonderes Spielzeugerlebnis. Habt ihr sie gesehen? Das sind wir! Ach ja? Worauf wartet ihr dann noch? Los geht's! Hurra! Hier könnt ihr euer ganz eigenes Spezialspielzeug entwerfen. Sucht euch einfach etwas aus. Zur Wahl stehen ein Roboter, eine Prinzessin, ein lustiges Monster und ein... Dinosaurier! Ich wusste nicht, dass du Dinosaurier magst. Dinosaurier! 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 Schorsch liebt Dinosaurier. Dinosaurier! Das sind nämlich seine Lieblingstiere. Dann wissen wir wohl, was er auswählen wird. Viel Spaß! Oh, gute Wahl! Reizend! Ein Astronaut! Ein Monster! Eine Superheldin! Peppa und Schorsch gefällt es, ihr eigenes Spielzeug zu entwerfen. Ihre Vorlieben sind sehr verschieden. Meins ist ein Roboter! Dinosaurier! Dinosaurier! Fantastisch! Und mit ein wenig Spielzeugladen-Magie... ...baut die Maschine jetzt eure Spielsachen. Heizen! Jetzt fehlt nur noch die Kleidung für eure Spielsachen. Es stehen viele Kleidungsstücke zur Auswahl. Peppa und Schorsch finden die perfekte Kleidung für ihre neuen Spielsachen. Hurra! Perfekt! Und rein damit! Oh je! Die Spielzeugmaschine hat den Spielsachen die falsche Kleidung angezogen. Die Maschine hat die Outfits vertauscht, Frau Mümmel. Oh ja! Nun ja, ich finde die Spielsachen immer noch toll und sehr kreativ. Fliegen macht Spaß! Oui! Warte auf uns, Peppa! Oui! Wow! Was ist denn das für ein Raum? Das ist eine ganz neue Spielzeugmaschine. Stell dich in der Mitte hin, Peppa! Oh! Was macht sie denn da? Stillhalten! Oh! Was war denn das? Tada! Die Maschine hat ein Spielzeug gebaut, das genau wie Peppa aussieht. Guck, Schorsch! Ich bin winzig klein! Oui! Und du bist es auch! Peppa und Schorsch macht es Riesenspaß, Spielsachen zu entwerfen. Aber Schorsch liebt es noch mehr, selbst ein Spielzeug zu sein. Hurra! Aha, da ist einer! Hurra! Peppa und ihre Familie sind heute ins Einkaufszentrum gefahren. Oh! Wir steigen schon mal aus. Ich park schnell und komm gleich nach. Wenn irgendwo was frei wird. Sie gehen in den Spielzeugladen, um ein Geschenk für Baby Alexander zu kaufen. Hier sind so viele Spielsachen! Ja! Was denkt ihr, würde Baby Alexander gefallen? Hm... Vielleicht dieser Basketball! Oder diese Spritzpistole! Puff! Puff! Oder diese Karaoke-Maschine! Karaoke! Die sind alle toll, aber für ein Baby eher nicht geeignet. Dann müssen wir wohl weitersuchen! Puff! 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 Papa Wutz hat endlich einen Parkplatz gefunden. Puff! Oh je! Aber der Parkplatz ist so klein, dass er nicht mehr aussteigen kann. Ich fahre einfach nochmal die Runde. Wihihi! Wihihi! Was ist das, Schorsch? Es sieht aus wie das Parkhaus von vorhin. Parkhaus! Schorsch liebt das Spielzeugparkhaus. Puff! 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 Baby Alexander mag Autos sehr. Aber für dieses Spielzeug ist er noch viel zu klein. Oh! Wie wäre es denn mit diesem Ball, Schorsch? Nein! Puff! 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 Oder wie wäre es mit diesem knuffigen Teddy? Nein! Wihihi! Schorsch findet keines dieser Spielzeuge passend für Baby Alexander. Wie wäre es mit dieser lauten Rasse? Hehehe! Nein! Puff! Puff! Schorsch gefällt nur das Spielzeugparkhaus. Hehehe! Hehehe! Hmm... Was hältst du davon, Schorsch? Nein! Oh! Hehehe! 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 Oh, puh! Das perfekte Geschenk für Baby Alexander. Das würden wir nehmen, Frau Mümmel. Hehehe! Wo hat Papa Wutz nur geparkt? Hehehe! Hallo allerseits! Jeder hat Spaß im Spielzeugladen. Puff! 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 Aber Papa und Schorsch macht das Parkhaus noch mehr Spaß. Hehehe! 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 Peppa und ihre Familie waren gerade im Supermarkt einkaufen. Vor dem Supermarkt steht ein Spielzeugaufbau. Ja! Juhu! Uh! Mandy Maus hat ein neues Spielzeug. Guck, Mama! Ein Jojo! Gut gemacht, Mandy! Peppa, Schorsch, wollt ihr auch ein neues Spielzeug haben? Ja, bitte! Wie funktioniert das denn, Frau Mümmel? Ihr kauft einen Jeton und drückt ihn in den Geldschlitz. Dann rollt einer der Bälle bis zum unteren Ende des Automaten und in diesem Ball ist dann ein Spielzeug versteckt. Dinosaurier! Schorsch hätte gern den Spielzeug Dinosaurier. Klingt lustig. Ihr bekommt beide einen Jeton. Hier, für dich! Yay! Hehehe! 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 Nachdem Schorsch den Jeton einwirft, leuchtet die Maschine auf und spielt Musik ab. Ein Ball rollt jetzt bis zum unteren Ende des Automats. Dinosaurier! Dinosaurier! Schorschs Preis ist ein Spielzeug-Schraubenzieher. Ein Schraubenzieher! Das ist nützlich! Oh! Dinosaurier! Keine Sorge, Schorsch. Ich werde den Dinosaurier für dich gewinnen. Nachdem Peppa ihren Jeton einwirft, leuchtet der Automat wieder auf und ein anderer Ball rollt heraus. Peppa hat auch nicht den Dinosaurier gewonnen. Dafür aber sehr hübsche Aufkleber. Dinosaurier! Das sind echt tolle Spielzeuge. Aber unsere Eiscreme beginnt zu schmelzen. So nah dran! Ich spüre, dass der Dinosaurier als nächstes rauskommen wird. Dürfen wir es noch einmal versuchen, Mama? Bitte! Okay, na gut. Noch einen Versuch. Hurra! Peppa und Schorsch drücken den Hebel des Spielzeugautomaten nach unten. Aber dieses Mal kommt gar kein Ball heraus. Oh je, ich war schon gespannt auf euer neues Spielzeug. Keine Sorge, Mama Wutz. Ich repariere ihn. Ich muss dafür nur meinen Schraubenzieher finden. Nein! Nein! Schraubenzieher! Ah, danke, Schorsch! Ah! Ah! Oh! Ups! Hurra! Frau Mümmel hat den Automaten zu gut repariert. Jetzt sind alle Bälle aus dem Automaten gerollt. Ich muss die wieder zurück tun. Aber der hier ist für euch, weil ihr mir geholfen habt. Dinosaurier! Danke, Frau Mümmel. Der hier ist für Sie. Oh, Ei! Jeder findet den Spielzeugautomaten super. Und Schorsch liebt Dinosaurier. Peppa und ihre Freunde gehen heute in den Süßwarenladen. Hallo, Frau Mümmel. Ich hätte ganz gern alles in diesem Süßwarenladen. Hier ist meine Münze. Peppa und ihre Freunde haben alle eine Münze, um sich etwas zu kaufen. Hier ist auch meine Münze. Und meine. Und meine. Wow, das ist echt viel Geld. Aber es ist leider zu wenig, um alle Süßigkeiten zu kaufen. Oh, ja. Eine Münze ist perfekt, um meine neuen Süßigkeitenmaschinen zu testen. Oh. Ihr wählt einfach eine Maschine aus, werft eure Münze ein und drückt den großen roten Knopf. Hm, Erdbeerbänder. Aber Erdbeeren sind Obst, keine Süßigkeiten. Meine Süßigkeiten werden aus köstlichem, echtem Obst gemacht. Schmeckt viel besser und ist viel gesünder. Leckere Erdbeeren, die sehen aus wie Haare. Du hast recht. Ich habe einen Erdbeer-Pferdeschwanz. Ich bin dran, ich bin dran. Emily Elefant hat eine Regenbogenlutscher-Maschine entdeckt. Bei dieser Maschine drückst du den Knopf mit dem Symbol deines Lieblingsfruchtgeschmacks. Hm. Gelbe Banane. Oh, du liebst rote Äpfel. Oh. Und rosa Himbeeren. Und blaue Blaubeeren. Und grüne Äpfel. Du magst jeden Fruchtengeschmack. So, fruchtig. Guck mal, eine sich drehende Schüssel. Eine Süßigkeiten-Zahnseiten-Maschine. Wirf einfach deine Münze ein und probier sie aus. Wow. Das schmeckt nach Kokosnuss. Es sieht genauso aus wie du, Luzi. Haha, und jetzt sieht es noch mehr aus wie du. Was ist das? Du kannst es ja herausfinden. Aber ich dachte, das ist eine Süßigkeiten-Maschine. Und keine Geld-Maschine. Kann ich damit vielleicht echte Süßigkeiten kaufen? Das musst du gar nicht. Diese Münze ist schon eine Süßigkeit. Es ist eine Schokoladen-Münze. Schokolade. Hurra. Pepper liebt Süßigkeiten aus dem Süßwarenladen. Jeder liebt Süßigkeiten aus dem Süßwarenladen. Pepper und ihre Spielgruppe besuchen heute eine Schokoladenfabrik. Darf ich bitte von der Schokolade kosten, Frau Mümmel? Ja, klar, Peppa. Hurra. Aber erst muss sie noch gemacht werden. Oh. Pepper freut sich riesig darauf, Schokolade zu machen. Wie macht man sie denn, Frau Mümmel? Mit dieser Maschine. Hallo, Maschine. Machst du mir bitte ein bisschen Schokolade? Danke, Maschine. Ja. Darf ich sie jetzt kosten, bitte? Äh, noch nicht, Peppa. Wir müssen sie erst dekorieren. Folgt mir. Hurra. Alle sind begeistert, die Schokolade dekorieren zu dürfen. Jeder von euch darf eine Tafel Schokolade verzieren. Uh, das sieht aus wie eine Schlammpfütze. Wie, aber spring nicht hinein, Peppa. Und zum Dekorieren dürft ihr alles nehmen, was auf dem Tisch da liegt, solange es lecker ist. Meine ist eine Karotten-Schokoladen-Tafel. Puik. Ganz köstlich. Meine ist eine Käse-Schokoladen-Tafel. Piep. Yum, yum. Und meine ist eine Spaghetti-Schokoladen-Tafel. Oh. Erdbeer-Streifen sehen nämlich aus wie Spaghetti. Huh. Fabelhaft. Darf ich denn die Schokolade vielleicht jetzt kosten, Frau Mümmel? Beinahe, Peppa. Die Schokolade muss zuerst im Kühlschrank abkühlen. Der Kühlschrank ist sehr kalt. Darin wird die flüssige Schokolade zu harten Schokoladen-Tafeln. Und fertig. Hurra. Oh. Dürfen wir jetzt bitte die Schokolade kosten, Frau Mümmel? Noch nicht, Peppa. Oh, warte. Doch, jetzt schon. Hurra. Sehr lecker. Ganz zu fiebel, fabelhaft. Fieb. Stimmt etwas nicht, Peppa? Nein. Mir hat es nur so gut gefallen, als die Schokolade flüssig war. Wie eine Schlammpfütze. Da hast du Glück. Denn ich habe noch eine Überraschung für euch. Und zwar... Ein großer Schokoladenbrunnen. Der sieht ja aus wie eine riesengroße Schokoladen-Schlammpfütze. Und hier ist viel gesundes Obst. Das könnt ihr eintauchen. Dankeschön, Frau Mümmel. Hurra. Peppa liebt Schlammpfützen. Insbesondere dann, wenn sie aus Schokolade sind. Peppa und Schorsch sind heute auf einem Jahrmarkt. Hallo, Peppa. Bist du schon im Spaßhaus gewesen? Was ist ein Spaßhaus? Es ist ein Gebäude auf dem Jahrmarkt mit vielen lustigen Räumen und ulkigen Gängen. Dürfen Schorsch und ich ins Spaßhaus gehen? Bitte. Bitte. Hallo, Frau Mümmel. Zwei für das Spaßhaus. Für den Eintritt ins Spaßhaus muss Mama Wutz bei Frau Mümmel Coupons kaufen. Aber die Coupons kosten mehr Münzen, als Mama Wutz gedacht hat. Oh. Danke, Mama Wutz. Hier entlang. Hurra. Das ist die lustige Wackelbrücke. Überquert sie, um den Rest vom Spaßhaus zu sehen. Oh. Peppa überquert die Brücke ganz langsam und vorsichtig. Aber Schorsch findet es lustig, über die Brücke zu rennen. Deine Taktik ist viel besser, Schorsch. Whee. Gratulation. Jetzt müsst ihr den Pfeilen folgen. Hier entlang, Schorsch. Diese Spiegel haben so lustige Formen. In diesen Spiegeln sieht Peppas und Schorschs Spiegelbild wirklich sehr komisch aus. Dieser Spiegel lässt mich riesengroß aussehen. Und du siehst aus, als hättest du einen riesigen Kopf, Schorsch. In dem da siehst du richtig rund aus. Rund. Und in diesem Spiegel sehe ich ja aus wie Frau Mümmel. Ja, denn ich bin wirklich Frau Mümmel. Folgt mir in den sich drehenden Tunnel. Der Tunnel im Spaßhaus dreht sich immer und immer wieder. Oh. Whee. Und hier bläst ein starker Wind. Schau mal. Nach dem Tunnel können wir die Rutsche runterrutschen. Rutsche. Ich helfe dir, Schorsch. Wo bleiben sie denn so lange? Ich hoffe, sie finden raus. Und wie war's? Das Spashaus hat wirklich Spaß gemacht. So soll es sein. Jeder liebt das Spashaus. Denn das Spashaus macht großen Schmerzen. Pepper und Schorsch helfen heute Papa Butz dabei, Ordnung in ein paar alte Kartons zu bringen. Was ist das, Papa? Ah, das ist meine gute alte Kamera, Pepper. Man drückt den Knopf hier, um ein Foto zu machen. Cheese. Dann drückt die Kamera das Foto aus. Guck mal. Ich kann es sehen. Darf ich es auch mal probieren? Dann sagt Tschüss. Tschüss. Jetzt macht Pepper Fotos mit der Kamera. Diese Kamera macht riesen Spaß. Kamera. Viel Spaß. Aber es ist nicht mehr viel Fotopapier übrig. Also seid sparsam damit. Schorsch hat Spaß und macht haufenweise Fotos. Oh je. Jetzt ist kein Fotopapier mehr übrig. Oh. Aber ich fotografiere doch so gern. Wieso benutzen wir nicht einfach meine Handykamera? Damit kann man sogar Filter hinzufügen. Papa Wutz' Handykamera hat Schorsch einen falschen Schnurrbart verpasst. Komm mit, Schorsch. Gehen wir noch mehr Fotos machen. Pepper und Schorsch macht das Fotografieren riesen Spaß. Die Handykamera hat über Mama Wutz einen Blumenfilter gelegt. Sag Tschüss. Und Opa Wutz bekommt einen schicken Hut. Oh. Pepper, Schorsch und Papa Wutz sind in den Park gegangen, um dort noch mehr Fotos zu machen. Hallo Herr und Frau Vogel. Oh. Sagen Sie Tschüss, Herr Bulle. Tschüss. Was für ein lustiges Foto. Papa Wutz möchte Pepper und Schorsch bei den Enten fotografieren. Sagt Tschüss, ihr beiden. Eins, zwei, drei. Tschüss. Pepper und Schorsch kleben alle Fotos, die heute gemacht wurden, in ein Sammelalbum. Guck dir das hier an, Schorsch. Vogel. Aber einige der Fotos sind unscharf. Oh. Die Fotos müssen nicht perfekt sein. Sie sollen euch vor allem an den schönen Tag heute erinnern. Alle lieben es, Fotos zu machen. Und alle haben den schönen Tag heute sehr genossen. Piu. Pepper und ihre Freunde besuchen heute einen besonderen Erlebnispark. Komm schon, Edmund. Du kannst das auch. Es macht riesen Spaß. Wow. Miau. Gut gemacht, Edmund. Yay. In diesem Raum steht ein Schwebebalken. Man muss ihn überqueren, ohne dabei ins Kugelbad zu fallen. Wenn er weiterhin als Team arbeitet, schafft er es bis ganz ans Ende, ohne in eins der Kugelbäder zu fallen. Ich kann gut balancieren. Geht mir nach. Jetzt müssen auch Schorsch, Pepper und Edmund Elefant über den Schwebebalken gehen. Aber Edmund fällt es etwas schwer, den Schwebebalken zu überqueren. Versuch seitwärts zu gehen, Edmund. Probieren wir es doch zusammen. Jeder hat es über den Schwebebalken geschafft. Jetzt müssen sie durch diesen Raum schaukeln. Das sieht schwer aus. Man schaukelt damit wie mit einer Schaukel im Park, Emily. Pass auf. Piu. Pepper ist eine Meisterin im Schaukeln. Hurra. Halt dich gut fest, Schorsch. Piu. Piu. Du bist dran, Edmund. Nur Edmund Elefant hat ein bisschen Angst davor. Wieso schaukeln wir nicht gemeinsam, Edmund? Als ein Team. Ah, gute Idee. Wiii. Wiii. Geschafft. Danke, Emily. Jeder hat es mit der Schaukel auf die andere Seite geschafft. Ihr seid bisher ein tolles Team. Ein Raum fehlt euch noch. Das ist der letzte Raum. Aber es führt kein Weg über das Kugelbad. So weit können wir doch nicht springen. Und es gibt auch keine Schaukel. Dieser Raum ist sowas wie ein Rätsel. Keinem fällt die Lösung dafür ein, wie man über das Kugelbad kommt. Aber Edmund Elefant kann super Rätsel lösen. Ich bin eben ein Schlauberger. Jeder hat den Erlebnisparcours erfolgreich bewältigt. Das war wirklich clever, Edmund. Edmund? Wiii. Edmund Elefant kann es nicht erwarten, das Ganze nochmal zu machen. Hallo, alle miteinander. Pepper und ihre Familie besuchen heute ein Konzert von Madame Gazelles Band, die rockenden Gazelle. Ich sehe echt gar nichts. Wie ist es jetzt? Hurra! Danke. Du meine Güte. Geralt Giraffe sitzt auch auf den Schultern seines Papas und versperrt so allen die Sicht. Oh, hallo Pepper. Hallo Soos. Geralt und sein Papa sind zur Seite gegangen. Jetzt haben wieder alle freie Sicht. Unde eins, unde zwei, unde eins, zwei, drei, vier. Das Konzert macht allen riesen Spaß. Pepper und Papa Wutz tanzen zur schönen Musik. Macht es dir Spaß, Pepper? Ja. Macht es dir auch Spaß, Schorsch? Schorsch? Pepper und Papa Wutz sind unabsichtlich mitten in die tanzende Menge geraten. Wir werden euch bald finden, Mama Wutz. Was? Ich sagte, wir werden euch ganz bald finden. Aber hier sind keine Blinden. Viel Spaß, Schorsch. Wuii, alle tanzen zur Musik. Es ist, als wären wir in einem großen tanzenden Schwimmbad. Hier gibt es sogar einige aufblasbare Strandbälle. Getroffen. Gut gemacht, Pepper. Danke schön, danke. Ups. Entschuldigung, Herr Bulle. Entschuldigung, Madame Gazelle. Keine Sorge, das passiert mir andauernd. Alles okay. Ich liebe Popmusik. Im Grunde erinnert mich das an mein nächstes Lied. Eins, zwei, drei, vier. Pitsch, patsch, Seifenblassen. Fasst du sie an, dann platzen sie. Pitsch, patsch, lass sie platzen. Seifenblassen, Juchu. Pitsch, patsch, Seifenblassen. Fasst du sie an, dann platzen sie. Ihr habt uns entdeckt. Mama und Schorsch Wutz haben sich auch bis in die erste Reihe nach vorn getanzt. Madame Gazelle hat Pepper und ihre Familie eingeladen, zu ihr auf die Bühne zu kommen. Pitsch, patsch, Seifenblassen. Fasst du sie an, dann platzen sie. Pitsch, patsch, Seifenblassen. Lasst die Seifenblassen platzen. Juhu. Hurra. Alle finden Madame Gazelles Konzert super. Und alle lieben ganz besonders das Seifenblasenlied. Mama und Pepper sind heute mit Schorsch zum Arzt gegangen, wo er untersucht werden soll. Hallihallo. Ich bin Dr. Pepper Wutz. Hallo, Dr. Pepper Wutz. Ich bin Schwester Frau Mimmel. Und das ist Dr. Braunbär. Bereit für die Untersuchung, Schorsch? Nein. Schorsch ist heute zum allerersten Mal beim Arzt. Er ist daher etwas nervös. Keine Angst, Schorsch. Der Arzt will nur sicher gehen, dass es dir gut geht. Ganz genau. Komm mit uns. Vergiss nicht dein kleines rotes Buch. Als erstes müssen Frau Mimmel und Dr. Braunbär messen, wie groß Schorsch ist. Stell dich bitte hierhin, Schorsch. Schorsch hat etwas Angst vor dem Größenmessgerät. Wie groß bin ich, Frau Mimmel? Wow, du bist schon richtig groß, Pepper. Du wirst schon bald erwachsen sein. Schorsch will wissen, ob er auch richtig groß ist. Wow, du bist ja schon so groß, Schorsch. Jetzt wird Schorschs Gewicht gemessen. Und zwar mit einem besonderen Gerät, das sich Waage nennt. Dieses Gerät wird uns zeigen, wie viel du wiegst, Schorsch. Und man kann darauf auch sogar super hüpfen. Schorsch liebt es zu hüpfen. Und stopp! Und weiter! Jetzt ist es an der Zeit, Schorschs Herzschlag abzuhören. Das macht man mit einem sogenannten Stethoskop. Das könnte sich kalt anfühlen. Das Stethoskop ist sehr kalt. Hier, nimm, Schorsch. Damit kannst du meinen Herzschlag abhören. Schorsch gefällt es, Peppers Herz abzuhören. Du bist sehr tapfer gewesen, Schorsch. Daher kriegst du einen Aufkleber. Dinosaurier! Und auch einen für Dr. Pepper Wurz. Weil sie uns so sehr geholfen hat. Hurra! Pepper und Schorsch tun heute so, als wären sie schon erwachsen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wo sind meine Tasche und mein Hut? Wir müssen jetzt schnell zur Arbeit, Mama. Oh, und was wollt ihr denn einmal werden, wenn ihr groß seid? Dinosaurier! Schorsch will ein Dinosaurier werden. Hm, ich denke, wenn ich groß bin, will ich Zahnärztin werden. Dann sorge ich dafür, dass wirklich alle schöne und gesunde Zähne haben. Hm, interessant. Und, äh, sind alle meine Zähne auch gesund? Du hast aber ganz schön viele saubere Zähne, Mama. Ah. Hier ist dein Aufkleber, weil du so mutig warst. Vergiss nicht, die Zähne zu putzen. Wer ist der Nächste? Oh! Ah! 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 Schorsch, du Witzbold! Dinosaurier gehen nicht zum Zahnarzt. Die gehen zu Dr. Hamster, dem Tierarzt. Ah! Aber du bekommst natürlich trotzdem einen Aufkleber. Ah! Ah! Ich denke, du wärst eine sehr gute Zahnärztin. Dinosaurier! Ah! Und du wärst ein ausgezeichneter Dinosaurier, Schorsch. Aber es würde mir auch total gefallen, eine tolle Busfahrerin zu werden. Dann könnte ich alle meine Freunde zum Park fahren. Fahrkarten, bitte! Nächster Halt. Der Park. Stopp! Du hast uns vergessen! Komm zurück! Brumm! Brumm! Als Busfahrerin musst du an jeder Bushaltestelle anhalten, Peppa. Ups! Entschuldigung! Du wärst sicher eine tolle Busfahrerin, Peppa. Aber ich will auch nicht nur Zahnärztin und Busfahrerin werden. Ich würde auch ganz gern Lehrerin werden. Oh! Dann bringe ich allen bei, wie man schön malt. Daraus wird ein Schmetterling, wenn ihr Handabdrücke verwendet. Und zwar so. Ah! Dinosaurier gehen nicht in die Schule, Schorsch. Du könntest ja eine Schule für Dinosaurier eröffnen. Aber wenn ich groß bin, will ich auch unbedingt in Schlampfützen springen. Und Schorsch wird ein Dinosaurier sein. Es wird ihnen immer Spaß machen, in Schlampfützen zu springen. Auch als Erwachsene. Oder als Dinosaurier. Vier Karten, bitte! Viermal Popcorn, bitte! Vier Getränke, bitte! Peppa und ihre Familie sind heute ins Kino gegangen. Peppas Lieblingsbuch wurde nämlich verfilmt. Ach komm schon, Schorsch. Wir sehen uns doch gar nicht diesen Gruselfilm an. Unser Film ist nämlich mega lustig und gar nicht gruselig. Gruselfilme dürfen sich nur Erwachsene ansehen. Äh, Entschuldigung. Tut mir leid, so Emily. Im Kino klappen die Sitze zusammen, wenn sie nicht benutzt werden. Aber Schorschs Sitz klappt auch dann zusammen, wenn er darin sitzt. Verzeihung! Ich muss da durch! Beine einziehen! Zum Glück hat Frau Mümmel ein Spezialpolster, das den Sitz flach hält. Danke, Frau Mümmel. Kein Problem! Ich schon wieder! Wer hat Popcorn verschüttet? Schorsch mag es nicht, wenn es im Kinosaal dunkel wird. Wusch, wusch! Ja, es geht endlich los! Entschuldigung! Schorsch mag auch keine lauten Geräusche. Da ist der Bösewicht! Gruselig! Oh je! Schorsch findet den Bösewicht in dem Film etwas gruselig. Soll ich mit Schorsch lieber hinausgehen? Aber dann verpasst du ja den ganzen Film! Oh! Peppa hat eine Idee, wie der Bösewicht auf Schorsch weniger gruselig wirkt. Hallo Schorsch! Ich bin's! Ich tue im Film eigentlich nur so, als sei ich ein Bösewicht. Ich bin gar nicht so richtig gruselig. Nicht gruselig? Nein! Und mit diesem Zauberstab kann dir gar nichts passieren. Wusch! Wusch! Und am Ende der Geschichte leben alle glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Oh! Wirklich! Wusch! 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 Entschuldigung! Jeder liebt es, ins Kino zu gehen. Und Schorsch mag am allerliebsten Filme, die gut ausgehen. Miam, Miam, leckeres Essen! Miam, 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 Miam! Peppa und ihre Familie gehen heute auf dem Kreuzfahrtschiff in ein Restaurant der ganz besonderen Art. Dies ist eine besondere Art von Restaurant, denn hier gibt's ein Buffet. Nehmt euch einen Teller und wählt das aus, was euch schmeckt. Guten Appetit! Oh, super! Das Restaurant-Buffet hat viele verschiedene Gerichte im Angebot. Was möchtest du essen, Peppa? Spaghetti habe ich am liebsten. Recht hast du. Aber nimm dir nicht zu viel. Wir können uns ja jederzeit Nachschub holen. Oh, gute Idee! Und was hättest du gern, Schorsch? Saft! Du hast Durst, oder? Dann machen wir uns am besten etwas Orangensaft. Hm, mal schauen. Aha! Die Orangensaftpresse ist sehr laut. Und es kommt nur ganz wenig Orangensaft heraus. Oh! Saft! Wir machen einfach mehr, keine Sorge. Ausgezeichnet. Ich kann's kaum erwarten. Fertig! Oh! Du hattest wirklich Kohldampf. Darf ich mir jetzt noch mehr holen, bitte? Oh! Na klar, komm mit. Hurra! Opa Wutz versucht immer noch, Schorsch ein Glas Orangensaft zu machen. Du meine Güte! Würden Sie uns bitte mehr Orangen bringen, Frau Mümmel? Ja, sofort! Peppa hat eine spezielle Pfannkuchenmaschine entdeckt. Nur einen Pfannkuchen, bitte, Herr Roboter. Ich kann mir später noch mehr holen. Fantastisch! Aha! Oma Wutz freut sie schon riesig auf ihre Spaghetti. Fertig! Danke, Pfannkuchen-Roboter! Aber jetzt hat Peppa auch Durst bekommen. Kriege ich auch ein Glas Saft, Oma Wutz? Na klar, Opa Wutz kümmert sich darum. Aber wieso braucht er denn so lange? Ahm! Opa Wutz hat endlich ein Glas Orangensaft zusammenbekommen. Opa Wutz hat mittlerweile sogar viele Gläser mit Orangensaft gefüllt. Die Presse hat endlich aufgehört, Orangensaft zu machen. Puh! Du bist lustig, Opa. Du musst ja gar nicht so viel Saft machen. Du kannst dir ja später einfach noch mehr holen. Peppa liebt das Restaurant-Buffet. Und Schorsch liebt seinen Orangensaft. Peppa spielt heute mit ihren Bauklöpfen. Lalalalalala. Ups! Vorsicht, Schorsch! Hier steht eine ganz kleine Stadt. Und du bist ein riesiger Dinosaurier. Das bringt mich auf eine Idee. Hast du Lust, Riese zu spielen, Schorsch? Schorsch freut sich schon darauf, mit Peppa Riese zu spielen. Hallo, Polizeiwachtmeister Panda. Was für ein schöner, ruhiger, normaler Tag im Spielzeugland. Und es gibt keinerlei Anzeichen. Hallo, ich bin Riesenpeppa. Ein Riese! Zwei Riesen! Peppa und Schorsch stellen sich vor, zwei Riesen in einem Spielzeugland aus Bauklötzen zu sein. Hallo, Vögel! Hallo, Wolken! Hallo, allerseits! Unser Ball klemmt fest, und zwar in diesem hohen Baum da. Wir können euch damit helfen. Wir sind riesengroße Riesen! Oh! Drei! Wupsi! Vorsicht, Schorsch! Hier, bitte, Luzi! Hurra! Riesenpeppa und Riesen-Schorsch lieben es, ihren Freunden im Spielzeugland zu helfen. Sie helfen Personen dabei, in den Bus einzusteigen. Oh, weee! 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 Und sie sorgen dafür, dass die Boote ganz schnell fahren können. Juhu! Stopp! Das ist die Brücke, die du kaputt gemacht hast. Keine Sorge, wir reparieren sie. Peppa und Schorsch sind Bauklotzexperten. Die Spielzeugbrücke haben sie im Nu repariert. Danke, Riesenpeppa und Riesen-Schorsch! Stopp! Äh, ich meine, los! Oh, yeah! Hungrik! Ich bin auch hungrig. Das Essen, das es im Spielzeugland gibt, ist zu klein für Riesenpeppa und Riesen-Schorsch. Rissens-Zeit! Hurra! Daher müssen sie, wohl oder übel, richtige Nahrung essen. Vorsicht, Schorsch! Herzlich willkommen in unserer Eisdiele! Heute ist es sehr heiß. Daher tun Peppa und Schorsch so, als würde ihnen eine Eisdiele gehören. Hier, bitte sehr, Herr Papa Wutz. Oh, danke sehr. Was hätten Sie denn gerne, Frau Mama Wutz? Ich nehme ein Bananensplitt, bitte. Hurra! Uh! Was genau ist ein Bananensplitt, Oma? Es ist eine Nachspeise. Okay, zuerst schneiden wir eine Banane in zwei Hälften. Oh! Jetzt geben wir Eiscreme, Kirschen und Schlagsahne dazu. Schorsch gibt gerne Eiskugeln dazu. Vorsicht! Zermatsch nicht die Banane. Und Peppa gibt besonders gerne Schlagsahne dazu. Oh! Oh! Vergiss nicht die Kirsche obendrauf. Hier ist Ihr Bananensplitt, liebe Frau Mama Wutz. Das sieht köstlich aus. Oh! Jetzt hätte ich gerne ein Nickerbocker Glory. Oh! Ein Nicker-Nori? Was ist das, Madame? Das ist ein sehr spezieller Eisbecher. Aber aus Bechern trinkt man doch, oder? Oh! Nein, aus diesem Becher nicht. In diesem Becher wird Eis serviert. Ich zeige es dir. Wir brauchen Eiscreme, Obst, Meringue und Sahne. Peppa und Schorsch geben alle Zutaten in das Glas. Oh! Und jetzt könnt Ihr es noch garnieren. Und garnieren den Eisbecher mit Waffeln, bunten Streuseln und Soße. Bitte sehr, Madame. Das sieht wunderbar aus. Jetzt habt Ihr allen Eis serviert. Was für ein Eis hättet Ihr zwei denn gerne? Hm. Ein Regenbogeneis. Regenbogen. Peppa und Schorsch nehmen sich Eiscreme in allen möglichen Farben. Rosa für Erdbeere, braun für Schokolade, gelb für Banane. Und dann garnieren sie das Ganze. Vermischen wir die ganzen Farben. Oh! Peppa und Schorsch haben alle Farben miteinander vermischt. Das ist jetzt eine Schlammpfitze. Und nicht mehr ein Regenbogeneis. Leider haben wir jetzt nicht mehr viel Eiscreme übrig. Wir haben nur noch Vanille. Mein Lieblingseis. Peppa und Schorsch machen gern besondere Eisbecher. Aber Vanilleeis haben sie immer noch am liebsten. Es ist Schlafenszeit. Aber weil Schorsch noch wach ist, schlafen Peppa und Papa Wutz auch noch nicht. Was jetzt? Wir haben doch schon jede Gute-Nacht-Geschichte gelesen. Ein Buch haben wir noch nicht gelesen. Ich habe es für einen Notfall aufgehoben. Die sehr, sehr lange und sehr langweilige Geschichte, die müden Schweinchen beim Einschlafen hilft. Die sehr, sehr lange und sehr langweilige Geschichte, die müden Schweinchen beim Einschlafen hilft. Ja, die sehr, sehr lange und sehr langweilige Geschichte, die müden Schweinchen beim Einschlafen hilft. Geschichte! Es gab einmal einen tollen Superhelden namens... Superpeppa! Ähm, ja, Superpeppa. Sie verbrachte jeden Tag damit, den Menschen in ihrer Nachbarschaft zu helfen. Oh, oh! Bis sie eines Tages von einem springenden Riesen erfuhr, der die Stadt ständig zum Beben brachte. Der Riese hört nicht auf zu springen. Ich helfe dir! Superpeppa konnte den springenden Riesen finden. Dinosaurier! Oh, ja, Schorsch, der springende Dinosaurier. Superpeppa versuchte, den springenden Dinosaurier dazu zu bringen, nicht mehr zu springen. Hat sie ihn auch höflich darum gebeten? Ja. Ähm, Verzeihung! Herr Dinosaurier! Verzeihung! Sie versuchten es mit etwas Schlafmusik. Jetzt wird er einschlafen. Oh, so entspannend. Aber die Musik gab dem Dinosaurier nur noch mehr Energie. Superpeppa ließ dem Dinosaurier dann ein warmes Bad ein. Oh, wow! Sie zog ihm einen bequemen Pyjama an. Sie zählte sogar Sternschnuppen für ihn. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das haben wir auch schon alles versucht. Es bleibt nichts mehr übrig. Die Gute-Nacht-Geschichte hat Schorsch geholfen, einzuschlafen. Danke für deine Hilfe, Peppa. Träum was Schönes. Danke, Papa. Aber jetzt bin ich nicht mehr müde. Liest du die Geschichte fertig? Peppa und ihre Familie sind heute zu einer Flugschau gegangen. Frau Mümmel ist mit einem Heißluftballon unterwegs. In der Luft sind überall Heißluftballons. Wow, so viele Heißluftballons. Eine Wolke, ein Brokkoli, ein Clown, ein... Dinosaurier! Ja, gut erkannt, Schorsch. Was ist das? Das ist ein Doppeldecker, Peppa. Und was macht er da? Manche Flugzeuge können Nachrichten in den Himmel schreiben oder Bilder malen. Der Doppeldecker hat ein Bild von Peppa in den Himmel gemalt. Das bin ich. Hallo allerseits. Hallo, Dr. Rumpster. Danke für das Bild im Himmel. Das hab ich gern gemacht. Weiter geht. Oh, was ist das? Ist das auch ein Heißluftballon? Das ist ein Luftschiff. Es schwebt wie ein Ballon, aber es hat Propeller und damit fliegt es wie ein Flugzeug. Peppa und Schorsch finden das Luftschiff sehr aufregend. Habt ihr Lust auf eine Fahrt? Luft, Luftschiff. Das Luftschiff hebt ab und steigt hoch in die Luft. Guckt nur, wir hoch, wir fliegen. Achtung, eine Ansage der Pilotin. Wenn ihr rausguckt, seht ihr Vögel. Hallo Vögel. Eine Wolke. Hallo Wolke. Oh, und Dr. Hamster. Hallo nochmal. Da sind so viele Knöpfe. Oh ja, es ist sehr kompliziert, so ein Luftschiff zu steuern. Also drückt bitte bloß nicht auf einen Knopf. Mit dem Steuerhorn kann ich das Luftschiff in alle Richtungen lenken. Rauf, runter, nach rechts und nach links. Wui. Und über Funk können wir Ansagen machen, die alle Besucher der Flugschau hören können. Uh, darf ich eine Bahnsage machen? Ich habe eine ganz wichtige Zahnsage zu machen. Na klar. Hallo, ich bin Peppa Wutz. Ich bin in einem Luftschiff, das irgendwie wie ein Ballon ist, aber auch wie ein Flugzeug. Ich wünsche euch allen viel Spaß bei der Flugschau. Oh je, wir haben etwas ganz Wichtiges vergessen. Eine Pilotenmütze für Peppa und Schausch. Ich bin Pilotin Peppa. Piloten. Peppa liebt die Flugschau. Alle lieben die Flugschau. Ziemlich cool, oder Peppa? Papa, Schorsch braucht neue Schuhe, nicht du. Oh ja. Heute kauft die Familie neue Schuhe für Schorsch. Hallo Frau Mümmel, wir brauchen neue Schuhe für Schorsch. Schorschs Schuhe sind schon sehr alt. Da habt ihr Glück. Im Schuhgeschäft sind viele Schuhe. Wir finden für Schorsch das perfekte Paar. Hurra. Zuerst müssen wir deine Füße abmessen. Bitte gib deinen Fuß in das Messgerät. Frau Mümmel misst deswegen Schorschs Füße ab, damit sie ihm Schuhe in seiner Größe zeigen kann. Deine Füße sind sehr klein. Ja klar, weil Schorsch ist ein Baby. Schorsch ist kein Baby. Folgt mir bitte. In diesem Bereich haben wir alle unsere sehr kleinen Schuhe. Welche Schuhe gefallen dir, Schorsch? Schuhe. Das hier sind Bowlingschuhe. Schorsch geht liebend gern bowlen. Und er liebt Bowlingschuhe. Sollen wir diese Schuhe für dich kaufen, Schorsch? Schuhe, Schuhe. Das sind Steppschuhe zum Stepptanzen. Die sind wahnsinnig laut. Wie bitte? Schorsch liebt es großen Lärm zu machen. Vielleicht sogar zu laut. Schuhe. Das sind Clanschuhe. Schorsch liebt Clanschuhe. Oh. Die sind zu groß. Und Schorsch ist ja sehr klein. Schuhe. Schuhe. Schorsch probiert ganz viele Schuhe an. Stiefel. Sandalen. Und sogar alberne Schuhe. Aber das richtige Paar ist nicht dabei. Schuhe. Dinosaurier. Ja. Ja. Das sind Pantoffel, Schorsch. Das sind keine Schuhe. Schuhe. Die sind genau wie deine alten Schuhe. Schuhe. Schorsch möchte ein neues Paar Schuhe, das genauso ist wie seine alten Schuhe. Sehr gut. Wir nehmen die hier, Frau Mümmel. Frau Mümmel? Ich bin hier drunter. Schorsch liebt seine neuen Schuhe. Und er liebt auch das Schuhgeschäft. Alle lieben das Schuhgeschäft. Schuhe. Wow. Oh, Sucha. Was ist das? Was ist das? Heute ist Mal- und Basteltag in Peppers Spielgruppe. Ich habe viele lustige Mal- und Bastelübungen geplant. Fangen wir an mit Malen. Oh. Aber wo sind die Pinsel? Sie sind genau ihr. Keiner weiß so richtig, was Madame Gazelle meint. Wo? Bäh. Ich sehe hier gar nichts. Ihr übt heute Fingermalen. Statt mit Pinseln malt ihr mit euren Fingern. Ah. Hurra. Peppa und ihrer Spielgruppe macht es Spaß, mit den Fingern zu malen. Eine hübsche Blume, Peppa. Danke, Madame Gazelle. Das ist ein wunderschöner Schmetterling, Luzi. Danke, Madame Gazelle. Und Klausi, das ist eine wunderschöne Fütze. Danke, Madame Gazelle. Klausi springt in seinem Bild herum, als wäre es eine Schlampfütze. Ah, geniale Idee, Klausi. Jetzt ist Gesichtsmaleroy dran. Jeder bekommt sein Gesicht angemalt. Luzi ist ein Schmetterling, Klausi ist ein Zebra, Freddy ist ein Tiger, Emily ist ein Fisch und Pepper ist grün. Oh, ich bin grün. Oh, du bringst mich auf eine fantastische Idee. Madame Gazelle holt eine große Leinwand herbei mit Klebeband darauf. Was ist das, Madame Gazelle? Wieso? Das ist ein wunderschönes Gemälde. Ich sehe aber kein Gemälde. Ja, es ist nämlich noch nicht ganz fertig. Nennt euch jetzt alle eine Farbflasche und spritzt davon, so viel ihr wollt, auf diese Leinwand. Gut so, Kinder. Seid schlampisch. Habt Spaß. Aber kleckert nicht auf den Boden. Allen macht es richtig Spaß, die große Leinwand zu bemalen. Es ist wunderschön. Ich liebe es. Ich auch. Aber ich sehe immer noch kein Gemälde. Aha. Gleich siehst du eines, Pepper. Madame Gazelle nimmt das Klebeband von der Leinwand. Durch das Klebeband sieht das Gemälde aus wie... Ein Stern. Pepper gefällt mir. Pepper und ihre Freunde sind heute im Park. Sie wollen sich gleich in einem Rollerrennen messen. Wer zuerst beim Baum ist, hat gewonnen. Achtung. Fertig. Los. Ich habe ein Rad verloren. Oje, Mine. Entschuldigung, Herr Bulle. Wissen Sie, wie man einen Roller repariert? Oh, ja. Ich weiß wie. Ich weiß nämlich ganz viel über Roller. Oh. Herr Bulle weiß nicht viel über Roller. Hä? Das stimmt was nicht. Keine Sorge. Ich kenne mich mit Rollern sehr gut aus. Papa weiß wirklich ganz viel über Roller. Tada. Oh, prima. Wollen Sie bei unserem Rollerrennen mitmachen, Herr Bulle? Ähm, ehrlich gesagt bin ich noch nie mit einem Roller gefahren. Deswegen weiß ich auch so wenig über Roller. Aber es macht Spaß. Ja. Man kann damit richtig schnell fahren. Und es ist viel besser als zu Fuß gehen. Meine Güte. Das klingt ja wirklich nach einem Riesenspaß. Wir zeigen es Ihnen. Stellen Sie einfach einen Fuß auf den Roller und stoßen Sie sich ab. Genau so. Sieht ganz einfach aus. Oh. Vergessen Sie nicht, sich abzustoßen, Herr Bulle. Hey, schüttt alle her. Ich fahre Roller. Juhu. Versuchen Sie jetzt mit der Lenkstange zu lenken. Meinst du etwas so? Juhu. Ja. Yay. Gibt mir. Juhu. Oh nein. Herr Bulle weiß nicht, wie man bremst. Ohohoho. Schreibt mir, wie man bremst. Sie müssen dafür die Bremsen benutzen, Herr Bulle. Bremse? Das hier? Ohoho. Oh Mann. Was ein Spaß. Fahren wir nochmal den Hügel runter. Ja. Rollerfahren macht viel mehr Spaß als zu Fuß zu gehen. Juhu. 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 Pepper und Herr Bulle sind müde vom Berg auffahren. Bergauf zu fahren ist anstrengender als hinunter zu fahren. Ich fahre jetzt besser wieder hinunter. Gute Idee. Juhu. Herr Bulle fährt liebend gern Roller. Jeder fährt gern Roller. Juhu. 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 Pepper und ihre Familie wollen mit Baby Alexander mit dem Riesenrad fahren. Aber er ist nicht sehr glücklich. Was stinkt hier so? Pfui. Es ist Baby Alexander. Er braucht eine neue Windel. Aber wir stehen ganz vorne in der Schlange für das Riesenrad. Halt. Haltet euch lieber alle die Nase zu. Juhu. 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 Wir suchen uns auf die Suche nach einem schönen Wickeltisch. Juhu. Schon besser. Nicht hier. Nicht hier. Definitiv nicht hier. Oh, hier. Gut gemacht, Peppa. Wir haben den Wickeltisch gefunden. Zuerst entfernen wir die schmutzige Windel. Die landet dann im Müll. Ähm, wo ist die Mülltonne? Ähm. Äh, äh. Sie ist hier, Papa. Äh, äh. Oh. Jetzt waschen wir uns die Hände. Dann noch etwas Creme. Oh. Hi, hi. Ups. Entschuldige, Peppa. Jetzt legen wir ihm eine saubere Windel an. Kann ich das bitte machen, Papa? Natürlich, Peppa. Da hast du's. Alles wieder gut. Das war ein Riesenspaß. Ich habe niemals zuvor eine Windel gewechselt. Du hast das sehr gut gemacht, Peppa. Aber weißt du, was sogar noch mehr Spaß macht, als Windeln zu wechseln? Das Riesenrad! Peppa und ihre Familie besuchen den botanischen Garten. Die da ist hoch. Die riechen herrlich. Oh, und dieses Blatt da ist auf Papas Kopf. Versuchen wir euch am neuen kniffligen Heckenlabyrinth. Eintritt auf eigene Gefahr. Was ist das, Frau Mümmel? Das ist ein sehr kniffliges Heckenlabyrinth. Es ist ein langer Parcours mit vielen Ecken und Abzweigungen. Das Ziel ist der große Brunnen in der Mitte. Peppa und Schorsch sind begeistert vom neuen kniffligen Labyrinth. Ich bin Experte, was Labyrinthe angeht. Ich verlaufe mich so gut wie nie. Viel Glück! Auf geht's! Schura! Peppa und ihre Familie winden sich durch das Labyrinth. Es ist voller Kurven. Das Labyrinth macht allen großen Spaß. Oh, hier geht es nicht weiter. Oh je. Gehen wir zurück und versuchen es anders, Papa Wutz. Papa Wutz? Ich bin hier drüben, Mama Wutz. Schorsch und ich sind wohl irgendwo falsch abgebogen. Wollen wir uns beim Brunnen in der Mitte treffen? Gute Idee. Wer schneller ist. Guck, Mama. Noch mehr hohe Blumen. Und tiefe Blumen. Peppa und Mama Wutz haben viel Spaß im Labyrinth. Aber Papa und Schorsch haben sich verlaufen. Keine Sorge, Schorsch. Wir schaffen es. Wir dürfen nur nicht aufgeben. Oh, hallo Schorsch. Der Brunnen ist da drüben. Bei den großen Blumen mit den Blättern. Hurra. Na dann los. Jetzt haben alle die Mitte des Labyrinths erreicht. Hurra. Gut gemacht. Den ersten Teil des Labyrinths habt ihr sehr schnell bewältigt. Was ist der zweite Teil? Jetzt müsst ihr wieder nach draußen finden. Peppa und ihrer Familie hat das knifflige Heckenlabyrinth viel Spaß gemacht. Und den Ausgang zu finden, wird ihnen genauso viel Spaß machen. Peppa und ihre Familie sind heute in eine Spielhalle gegangen. Peppa und ich bei jedem dieser Spiele hier Experten sind. Das sind viele Spielmarken, Peppa. Wenn du ganz viele Spielmarken sammelst, kriegst du dafür einen tollen Preis. Wow, einen Preis? Piep, das sind so viele Spielmarken. Spielen wir jetzt das Spiel da? Klar doch, Peppa. Mama Wutzt zeigt Peppa, wie man Hau die Karotte spielt. Sie haut immer schnell auf die Karotten, wenn diese auftauchen. Hau. 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 Wollt ihr es jetzt mal versuchen? Ja, bitte. Hau. 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 Noch mehr Spielmarken. Kriegen wir damit jetzt einen megatollen Preis, Papa? Papa? Papa Wutz spielt das Tanzspiel. Papa Wutz liebt das Tanzen. Ich bin sowas wie ein Experte, was das Tanzen angeht. Du bist dran, Peppa. Wow. Ja. Puh, das war lustig. Aber gibt es auch ein Spiel, das wir zusammenspielen können? Ich weiß, ein gutes Spiel. Peppa und ihre Familie spielen ein Luftballonspiel. Wer seinen Luftballon als erster zum Platzen bringt, gewinnt. Ja. Ja. Haben wir eine hohe Punktzahl erreicht? Ja. Eure Punktzahl ist so hoch, dass ihr den Jackpot geknackt habt. Jetzt bekommt ihr für eure Spielmarken einen Wahnsinnspreis. Hurra. Gehen wir. Da bist du ja, Peppa. Da bist du ja, Peppa. Das sind unsere Spielmarken. Kriegen wir jetzt bitte den Preis? Ja, klar. Mit so vielen Spielmarken kriegst du einen wunderbaren, außergewöhnlichen, einmaligen Bleistift. Hurra, ein Bleistift. Peppa macht es Spaß, mit ihrer Familie in der Spielhalle ganz viele Spielmarken zu gewinnen. Und sie liebt ihren brandneuen Bleistift. So, und so spielt man Shuffleboard. Mein Puck liegt in der hintersten Zone. Dafür kriege ich einen Punkt. Hurra. Peppa und ihre Familie lernen heute auf dem Kreuzfahrtschiff, wie man Shuffleboard spielt. So, Opa Wutz kann jetzt entweder meinen Puck wegstoßen oder seinen in das Dreieck schieben, um Punkte zu sammeln. Ich werde es versuchen. Opa Wutz hat den Puck von Oma Wutz in Schorschs Sandburg gestoßen. Das gibt zwei Punkte für mich. Darf ich auch mal? Ja, nimm den Q-Stab und schieb den Puck damit ins Dreieck. Oh, es hat sich fast kaum bewegt. Versuche es doch einmal mit etwas Anlauf. Gute Idee. Peppa nimmt einen Riesenanlauf. Aber der Sand ist sehr rutschig. Dafür kriege ich keine Punkte. Heile Sorge. Es geht darum, Spaß zu haben, nicht Punkte zu erzielen. Außerdem, beim ersten Mal ist niemand gut darin. Ich muss es einfach nur weiter üben. Peppa probiert viele Sachen aus, um den Puck anzuschieben. Oh, meine Eistüte. Aber nichts scheint zu funktionieren. immerhin hast du dieses Mal meine Eistüte verfehlt. Oh nein. Oh nein. Ich bin dran, Peppa. Bitte sehr, Oma. Omas Puck hat Peppas Puck in das Dreieck geschoben. Ich krieg drei Punkte. Ich krieg drei Punkte. Hurra. Peppa ist begeistert und will weiter üben. Aber es sind keine Pucks mehr übrig. Oh. Oh. Schorsch hat nämlich mit den Puck seine Sandburg fertig gebaut. Alle spielen liebend gern Shuffleboard. Aber Schorsch baut noch lieber Sandburg. Oh nein. Heute sind Peppa und ihre Freunde auf einer Go-Kart-Bar. Hallo miteinander. Wer ist bereit fürs Go-Kart fahren? Ich, ich, ich. Peppa und ihre Freunde ziehen ihre Rennanzüge an. Rot ist meine Lieblingsfarbe. Oh. Und vergesst nicht eure Sturzhelme. So, jetzt nehmt euch ein Go-Kart. Ja. Klausi Kleff trägt seinen Helm falsch herum. Also, wenn ihr in die Pedale tretet, fährt es. Und mit der Bremse könnt ihr anhalten. Und mit dem Lenkrad könnt ihr die Richtung ändern. Hui. Es ist genauso wie Fahrradfahren. Versucht es doch mal und tretet langsam in die Pedale. Ich fahre ständig ein großes Auto. Go-Kart fahren ist zum Gleichen. Oh. Oh. Oh je. Da bin ich wohl etwas zu schnell gefahren. Tja, wie drehe ich jetzt nur um? Das Go-Kart-Rennen hat begonnen. Das macht Spaß. Aber Luzi Locke tritt rückwärts. Versuch vorwärts zu treten, Luzi. Vorwärts? Oh. Mäh. Klausi Kleff tritt sehr schnell in die Pedale. Autsch. Vergiss nicht zu bremsen, Klausi. Wupp. Mama Wutz hat Schwierigkeiten, loszufahren. Oh. Oh. Mal sehen. So fährt es also rückwärts. Brauchen Sie Hilfe, Mama Wutz? Oh. Nein. Danke, Frau Mümmel. Ich kriege das sicher hin. Mein Go-Kart wackelt viel zu viel. Peppa fährt kreuz und quer auf der Rennbahn herum. Du musst etwas sachter lenken, Peppa. Oh. Viel besser. Peppa und ihren Freunden macht es Spaß, mit den Go-Karts auf der Rennbahn zu fahren. Und los geht's. Wui. Und Mama Wutz hat ihr Go-Kart auch endlich in Bewegung gebracht. Wui. Die Zeit ist um. Ihr habt das alle sehr gut gemacht. Hurra. Aber das Go-Kart-Rennen ist vorbei. Oh. Peppa und ihre Freunde fahren liebend gern Go-Kart. Peppa und ihre Familie sind mit dem Auto unterwegs. Aber sie haben ein Problem. Oh je. Das Auto springt nicht an. Ihr habt eine Panne. Keine Sorge. Ich bringe euch zur Werkstatt. Ich bin gleich wieder zurück. Herr Bulle schleppt das Auto ab, damit es repariert werden kann. George und Peppa finden das lustig. Hm. Aha. Oh je. Alles klar. Nun, wir können es reparieren. Oh gut. Aber wir müssen ein Ersatzteil bestellen. Das wird nicht leicht. Auch nicht billig. Du meine Güte. Wie lang wird es dauern? Es dauert. Solange es eben dauert. Aber wie komme ich jetzt zur Arbeit? Ihr bekommt ein Ersatzauto, während euer Auto repariert wird. Folgt mir. In der Werkstatt stehen viele Ersatzautos. Wählt euch eins aus. Oh. Oh. Ein Motorrad. Das ist perfekt. Machen wir damit eine Probefahrt. Papa Wutz gefällt es, Motorrad zu fahren. Bonjour Madame Gazelle. Aber auf einem Motorrad bleibt man bei Regen nicht trocken. Hm. Vielleicht brauchen wir etwas Robusteres. Wie wäre es denn damit? Peppa hat einen Monster Truck entdeckt, der sehr robust ist. Ich denke, ein Monster Truck ist wohl etwas zu robust für uns. Tut uns leid. Wie wäre es mit etwas Geräumigem? Wie diesem Bus. Juhu. Ja. Mama Wutz gefällt der Bus wirklich sehr. Uh. Hier ist es so geräumig und friedlich. Oh je. Aber jeder denkt, es sei ein normaler Bus. Es ist nur noch ein Fahrzeug übrig, das Peppers Familie nicht ausprobiert hat. Hier stinkt es ein bisschen. Ja, mit diesem LKW bringe ich den Müll zum Recyclinghof. Den könnt ihr also leider nicht benutzen. Wir werden wohl nie ein Auto finden, das so perfekt ist wie unseres. Nun, ihr habt Glück. Ihr habt so viele Probefahrten gemacht, dass wir inzwischen euer altes Auto repariert haben. Hurra. Danke sehr, Herr Bulle. Danke sehr, Opa Clef. Peppers Familie gefiel es, mit anderen Autos zu fahren. Aber am liebsten fahren sie mit ihrem eigenen Familienauto. Peppa und Luisa Löffel bauen heute eine Kissenburg. Achtung, fall nicht auf die Burg. Hab's gleich geschafft. Geschafft. Oh. Oh. Gut gemacht. Jetzt dekorieren wir noch den Innenraum. Es fehlt aber noch etwas. Oh. Etwas zu essen. Mama. Was für eine schöne Kissenburg. Kriegen wir bitte etwas zu essen? Natürlich. Ich bin gleich zurück. Wartet hier auf mich. Stellen wir uns vor, dass die Kissenburg riesengroß ist. Oh. Fang, Peppa. Stellen wir uns vor, dass der Boden so stark federt. Wie ein Trampolin. Quik. Guck, wie stark er federt. Oh nein. Der Ball ist da drüben. Hüpfen wir ihm doch hinterher. Dieser Raum ist grün. Stellen wir uns vor, er ist matschig. Äh. Aber der Ball ist nicht hier. Ist er da drüben? Dieser Raum ist blau. Also stellen wir uns vor, er ist kalt. Da ist der Ball. Hurra. Lasst uns hinausgehen. Ähm. Von wo sind wir reingegangen? Peppa, wo bist du? Wir finden nicht aus der Kissenburg. Ich hole euch da raus. Nein, Mama. Die Kissenburg ist zu klein für Erwachsene. Oh. Ich passe überall durch. Mama Wurz steckt fest. Oh. 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 Mama. Dein Gewackel lässt die Burg einstürzen. Tut mir leid. Oh. Oh. Nach diesem Fantasiespiel bin ich jetzt sogar noch hungriger. Ich hab dir was zu essen mitgebracht. Wir müssen es nur finden unter diesen Kissen. Hallo allerseits. Ich bin Peppa, die Zahnärztin. Ich zeige euch, wie man seine Zähne schützt. Wow. Frau Lümmel ist zu Besuch und zeigt der Spielgruppe, wie man auf seine Zähne aufpasst. Peppa gibt vor, eine Zahnärztin zu sein. Hab ich dich. Zum Glück. Danke, Peppa. Gut, dass du dein Gebiss eingefangen hast. Wer weiß, wie man auf seine Zähne aufpasst? Indem man zum Zahnarzt geht? Das stimmt. Wer von euch war schon mal beim Zahnarzt? Ich, 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 ich. Gerald Giraffe ist noch nie beim Zahnarzt gewesen. Hm. Darf ich Gerald zeigen, wie es beim Zahnarzt so ist, Frau Lümmel? Ich war schon oft beim Zahnarzt. Das ist eine super Idee. Wow. Peppa spielt die Zahnärztin und Gerald spielt den Patienten. Hallo, Herr Gerald. Nehmen Sie bitte Platz auf diesem übergroßen Stuhl. Danke sehr, Frau Zahnärztin. Hier ist ihr Kittel. Oh. 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 Wieso brauche ich die Brille, Frau Peppa? Weil die Taschenlampe grell ist. Bitte weit aufmachen. Genau so. Ah. Dann sehe ich ihre Zähne. Peppa sieht sich mit der Taschenlampe Geralts Zähne an. Sie haben sehr schöne Zähne, Herr Gerald. Dafür gibt es einen Sticker. Danke, Sön. Hurra. Gut gemacht, Peppa und Gerald. Weiß jemand, wie wir zu Hause auf unsere Zähne achten können? Wir können uns die Zähne putzen. Das stimmt, Luzi. Durch das Zähneputzen bleiben sie sauber. Üben wir gemeinsam das Zähneputzen? Ja. Frau Mümmel gibt Prallen eine Zahnbürste, damit sie das Zähneputzen üben können. Ja. Zuerst machen wir die Zahnbürste nass. Dann geben wir etwas Zahnpasta drauf. Alle geben eine kleine Menge Zahnpasta auf ihre Zahnbürste. Nur Molly hat viel Zahnpasta draufgegeben. Was tun wir als nächstes? Wir... Putzen. Wir putzen. Vergesst nicht, vorne zu putzen. Und an den Seiten. Oben. Und unten. Das habt ihr gut gemacht. Hurra. Das habt ihr heute alle sehr gut gemacht. Also bekommt auch jeder... Sticker. Peppa hat gern die Zahnärztin gespielt. Und Peppa liebt Sticker. Heute gehen Peppa und Schorsch mit Oma und Opa Wutz picknicken. Fast geschafft. Auf. Peppa darf heute zum ersten Mal den Picknickkorb packen. Alles okay, Peppa. Ich will alle Spielsachen zum Picknick mitnehmen. Aber sie passen einfach nicht rein. Hm. Brauchst du wirklich alle Spielsachen? Ähm. Na gut. Dann nehme ich nur meinen Teddybär mit. Dinosaurier. Und den Dinosaurier. Wundervoll. Denn wenn wir all deine Spielsachen einpacken, hat das Essen nicht mehr Platz. Was würdest du denn gern beim Picknick essen, Peppa? Oh. Machen wir Spaghetti. Ich liebe Spaghetti. Spaghetti sind keine gute Wahl für ein Picknick. Wie wär's denn mit Sandwiches? Sandwiches liebe ich auch. Was ist euer Lieblings-Sandwich? Marmelade. Peppa, Schorsch und Oma Wutz machen Marmeladen-Sandwiches. Brauchen wir sonst noch was für das Picknick, Peppa? Ähm. Wir brauchen eine bequeme Picknick-Decke. Kannst du eine suchen, Opa? Zu Befehl, Peppa. Oh, oh nein. Beim Marmeladen-Sandwich machen richtet man eine Sauerei an. Der Versuch, die Sauerei zu beseitigen, ging nach hinten los. Keine Sorge. Man kann keine Marmeladen-Sandwiches machen, ohne dabei zu kleckern. Peppas-Sandwiches sind dreieckig. Tada. Die von Schorsch sind dinosaurierförmig. Mh. Hier ist eine Decke. Brauchen wir sonst noch was, Peppa? Wir brauchen Becher für den Orangensaft. Ja, gut gemacht, Peppa. Jetzt können wir losgehen. Das wird heute ein Riesenspaß. Oh nein, es regnet. Picknicks machen im Regen weniger Spaß. Oh je. Wir müssen unser Picknick im Freien leider verschieben, Peppa. Oh. Hm. Aber wieso verlegen wir unser Picknick nicht einfach nach drinnen? Ja. Peppa hat das Picknick im Haus vorbereitet. Jetzt können wir picknicken, obwohl es draußen regnet. Und all meine Spielsachen sind auch hier. Picknick. Alle genießen Peppas Picknick. Und Peppa hat es liebend gern vorbereitet. Peppa und ihre Familie sind heute nach London gekommen, um sich Superkartoffel, das Musical anzusehen. Oh Gott, wir müssen uns beeilen, sonst kommen wir zu spät zur Vorstellung. Oh nein, jetzt werden wir alle klitschnass. Keine Sorge, dann nehmen wir eben einfach die U-Bahn. Hurra. Die U-Bahn fährt unter der Erde. Und unter der Erde regnet es nie. Dort hängt auch ein bunter U-Bahn-Plan, der anzeigt, wohin die Züge alle fahren. Das sieht aus wie Spaghetti. Also, wir sind hier. Und wir müssen jetzt hier hin. Zuerst nehmen wir den blauen Zug. Und dann? Den roten Zug. Ja, sehr gut, Peppa. Nichts wie los. Zunächst muss Peppa ihre Fahrkarte bei der Bahnsteigsperre entwerten. Danke, Fahrkartenroboter. Ich steck fest. Warte kurz, Peppa. Ich befreie dich. Danke, Frau Mimmel. Hier lang, Peppa. Folgt alle der blauen Linie. Oh. Ich stecke auch fest. Der Zug erreicht den Bahnsteig von einem sehr dunklen Tunnel aus. Im Zug sind sehr viele Fahrgäste. Warum drängeln denn alle so? Weil sie es eilig haben. In der U-Bahn hat es immer jeder eilig. Steigen wir ein. Geht bitte alle vorsichtig. Hallo allerseits. Willkommen an Bord des blauen Zugs. Achtung, die Türen schließen. Halt dich fest, Peppa. In der U-Bahn ist es sehr wackelig. Links sehen Sie, wie es unterirdisch aussieht. Und rechts können Sie noch mehr davon sehen, wie es unterirdisch aussieht. Steigen Sie hier um zum roten Zug. Der rote Zug. Das sind wir. Vorsichtig gehen, Schorsch. Haltet euch alle fest. Wir sind da, wir sind da. Die Vorstellung beginnt in ein paar Minuten. Wir verpassen wohl den Anfang. Nein, das werdet ihr nicht. Folgt mir. Ich bringe uns rechtzeitig zu Superkartoffel Das Musik an. Denn ich bin... Superkartoffel. Hurra. Lasst bitte den großen Star durch. Macht Platz für den Star. Danke. Ha. Heute gibt es keine Autogramme. Superkartoffel hat es auch eilig. Wirklich jeder in der U-Bahn hat es eilig. Juuu. Peppa und ihre Familie haben im Supermarkt viele Lebensmittel eingekauft. Oh. Und jetzt knurrt ihnen der Magen. Was gibt's zum Essen? Mein Magen macht schon knurrende Geräusche. Heute Abend machen wir zusammen Tacos. Ja. Was ist ein Takto? Und wie macht man den denn? Es ist ein leckeres Gericht aus Mexiko. Und Tacos macht man am allerbesten. Alle zusammen. Peppa, Schorsch und Mama Wutz waschen Gemüse für ihre Tacos. Wir müssen dafür sorgen, dass das Gemüse sauber ist. Plitsch, Platsch, Wisch, Wasch, so wird Gemüse sauber. Plitsch, Platsch, Wisch, Wasch, so wird Gemüse sauber. Plitsch, Platsch. Plitsch, Platsch. Jetzt sind Peppa und Mama Wutz auch schön sauber. Weil das Gemüse jetzt sauber ist, können wir vorsichtig Zwiebeln schneiden. Hier, bitte, Papa. Was ist los, Papa? Magst du keine Zwiebeln? Oh, keine Sorge, Peppa. Der Zwiebelsaft sorgt manchmal dafür, dass einem die Augen tränen. Ich muss mir nur die Augen mit etwas abdecken. Ich habe. Peppa weiß, wie man seine Augen perfekt vor den Zwiebeln schützen kann. Die ist perfekt, Peppa. Ah, gibt's wieder Zwiebeln, Papa Wutz? Jetzt machen wir ein wenig Guacamole. Hurra! Ich liebe Guacamole. Dann zerdrück schon mal die Avocado, Peppa. Peppa macht das Zerdrücken der Avocado großen Spaß, weil dabei gekleckert wird. Ups! Vielleicht ist es besser, wenn du es langsamer machst. Perfekt. Jetzt kommen andere Zutaten dazu. So, und auch noch ein Spritzer einer Limette. Spritzer! Na gut, Schorsch, du gibst den Limettenspritzer hinein. Zum Glück habe ich noch meine Schutzbrille drauf. Jetzt sind alle Zutaten fertig und es ist Zeit, daraus Tacos zu machen. Und jetzt kommt das Beste. Nehmt eure Tortilla in die Hand. Und gebt eure Lieblingszutaten darauf. Peppa hat am liebsten Tacos mit ganz viel Guacamole. Schorsch hat am liebsten leere Tacos. Mama und Papa Wutz bevorzugen Tacos mit allen Zutaten. Alle finden ihre Tacos richtig lecker. Aber ihnen ist die Füllung auf den Teller geflutscht. Hurra! Jetzt können wir sie wieder in den Taco geben. Peppa und ihre Spielgruppe nehmen heute an einem Benefizlauf teil, um Geld für eine neue Schulglocke zu sammeln. Seid ihr jetzt alle bereit zu laufen? Jawohl! Alle auf eure Plätze, fertig, los! Oh je, es hat angefangen zu regnen und keiner hat Lust, im Regen zu laufen. Verschieben wir den Lauf auf einen Tag, an dem es nicht so bewölkt ist und regnet? Außer Peppa. Aber bei Regen macht der Benefizlauf doch noch viel mehr Spaß. Denn dann sind hier überall Schlammpfützen. Hurra! Also gut, dann eist es auf die Plätze schon wieder. Fertig, schon wieder. Und los, schon wieder! Hurra! Wegen des Regens hat sich auf der Laufstrecke eine kleine Pfütze gebildet. Aber Luisa Löffel kann sehr weit springen. Geschafft! Ups! Tut mir leid, Luisa. Ist schon gut, Peppa. Kommt schon, ihr zwei! Das Rennen ist noch lang! Weil starker Wind weht, tun sich Luzi und Frau Locke schwer, den Hügel zu erklimpen. Der Wind ist zu stark und der Boden ist außerdem viel zu rutschig. Oh! Oh! Äh, ich hab's! Oh! Emily Elefant ist sehr gut darin, Dinge mit ihrem Rüssel zu ziehen. Der Weg hinunter sieht wirklich schlammig aus. Ja, aber es macht Spaß, hinunter zu rutschen. Und Peppa ist sehr gut darin, in Schlamm zu rutschen. Whee! 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 Pepper und Papa Wutz sind bei den großen Bäumen angekommen. Jeder muss unter den tief hängenden Ästen durchkriechen, um das Rennen zu beenden. Whee! 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 Das macht sicher Spaß! Whee! 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 Wir haben genug Geld gesammelt, um die Schulglocke zu reparieren. Whee! 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 Monsieur Bühl wird sie morgen reparieren. Whee! 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 Hattest du Spaß, Papa? 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 Jeder liebt es, im Regen zu laufen. Komm schon, Peppa. Laufen wir nochmal. Aber Papa Wutz liebt es ganz besonders, im Regen zu laufen. Tor! Pedro Pony, Molly Mietze, Mandy Maus, Gerald Giraffe und Klausi Kleff spielen Fußball. Schau Mama, meine Freunde spielen Fußball. Hallo Peppa, willst du bei uns mitspielen? Ja, bitte. Wer das schönste Tor schießt, gewinnt den Pokal. Uh! Peppa liebt funkelnde Pokale. Hast du etwa Lust, in unsere Mannschaft zu kommen? Nein, danke. Ich möchte gerne ganz alleine spielen. Allein zu spielen ist keine gute Idee, Peppa. Aber so gehört mir am Ende der Pokal ganz alleine. Peppa wird also ganz allein spielen. Und zwar gegen alle anderen. Oweier. Nicht schlecht, Peppa. Versuch es noch einmal. Hm. Vielleicht muss ich einfach nur fester schießen. Oh! Ähm, final. Hier bitte, Peppa. Vielleicht klappt es ja mit dem anderen Fuß. Es zählen nur Tore mit dem Ball, nicht mit dem Schuh. Das ist zu schwer. Versuch es doch einmal im Tor. Gute Idee, Mama. Das werde ich super machen. Schieß doch, schieß! Tor! Hurra! Mama, wieso können die ein Tor schießen, aber ich nicht? Weil im Fußball die Teamarbeit am allerwichtigsten ist. Und du kannst kein Team sein, wenn du allein spielst und nicht in einer Mannschaft. Darf ich bitte in eure Mannschaft? Klar darfst du das. Wir haben ein Trikot übrig, nur für dich. Wuff, wuff! Hurra! Aber wer geht jetzt ins Tor? Ich mach das! An mir kommt ihr nicht vorbei! Ja! Genau! Den kriegst du! Tor! Du hast das Tor geschossen. Du kriegst also den Pokal. Wir haben alle das Tor zusammengeschossen, Peppa. Als Mannschaft! Das stimmt! Ihr alle bekommt den Pokal! Hurra! Ein Super-Strike für einen Super-Bowler! Heute gibt Luzi locker eine Bowling-Party. Ich will auch einen Super-Strike schaffen! Ich weiß, wie es geht! Ich bin schon oft bowlen gewesen! Dann zeig bitte allen, wie es geht, Peppa! Okay! Machen wir ein Foto von uns für die Anzeigetafel! Stellt euch alle vor die Kamera und sagt Cheese! Cheese! Perfekt! Das ist eure Bowling-Bahn! Oh! Jetzt nehmt ihr euch eine Bowling-Kugel! Dann werft ihr sie gerade nach vorne! Genau so! Yay! Oh ja! Ich versuche es mal! Ich nehme die hier! Die rosa Kugel ist sehr schwer! Nimm lieber diese Kugel! Sie ist leichter! Meine Güte! Vermischt jemand seine Kugel? Oh nein! Ich versuche es als nächstes! Wow! Pedro Ponys Kugel ist in die Rinne am Rand der Bowling-Bahn gerollt! Ups! Ich bin dran! Luzi Locke, Pedro Pony und Gerald Giraffe haben beim Bowlen noch nicht den richtigen Dreh rausgekriegt! Keine Sorge! Wir müssen nur auf eine andere Art bowlen! Probiert es nochmal! Ich hole für euch die Trennwand hoch! Damit macht das Spielen auch Spaß! Hä? 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 Versuch du es jetzt, Pedro! Okay! Aber ich will nicht, dass meine Kugel aufspringt! Kein Problem! Mithilfe der Rampe wird deine Kugel gerade ausrollen! Oh! Das macht Spaß! Ja! Peppa und ihren Freunden macht Bowling auf ihre eigene Art Riesenspaß! Hurra! 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 Aber Luzi Locke will immer noch einen Super-Strike schaffen! Also gut, Kinder! Jeder darf noch einmal! Viel Glück! Bäh! Bäh! Seht genau! Hin! Luzi Locke rollt die Bowlingkugel rückwärts! Oh! Ein Super-Strike für einen Super-Bowler! Luzi Locke hat einen Super-Strike geschafft! Luzi Locke spielt gern Bowling! Jeder spielt gern Bowling! Stop! Peppa und ihre Spielgruppe sind heute zu Besuch in einer Saftfabrik! Dort lernen sie, wie Saft gemacht wird! Und das hier ist die Saftpresse! Sie presst den ganzen Saft aus den Orangen raus! Darf ich auch ein paar Orangen pressen, Frau Mümmel? Natürlich! Jeder von euch darf das! Hurra! Hurra! Orangen zu pressen macht allen großen Spaß! Aber es ist wirklich harte Arbeit! Meine Hände sind müde! Kein Problem! Denn als nächstes seht ihr den Saftstampfer! Oh! 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 Die großen Stiefel des Stampfers quetschen den ganzen Saft aus den Erdbeeren heraus! Oh! Oh! Darf ich mal stampfen, Frau Mümmel? Ja! Das dürft ihr natürlich alle! Hurra! Schlüpft in diese Stiefel und stampft drauf los! Das ist genauso wie beim Springen in Schlankfützen! Das habt ihr gut gemacht! Und jetzt folgt mir bitte! Hier kommt der Saft in Getränkekartons! Die Farbe des Safts muss mit der Farbe des Kartons übereinstimmen! Welcher Saft passt hier dazu? Piep! Er ist rot! Ist es Erdbeere? Gut gemacht, Mandy! Drück den roten Knopf, um ihn zu füllen! Und was ist mit diesem hier? Er ist grün! Also... Apfel! Ganz genau, Luzi! Und der hier? Er hat ganz viele Farben! Gut gemacht, Peppa! Du hast gerade eine neue Geschmacksrichtung erschaffen! Ich nenne ihn Regenbogensaft! Jeder findet, dass der Regenbogensaft wirklich ganz köstlich aussieht! Das hier ist der Probierraum! Hier stellen wir sicher, dass alle Säfte super mega lecker sind! Damit es Spaß macht, müsst ihr erraten, welchen Saft ihr da probiert! Peppa und ihre Spielgruppe lieben es, Säfte zu probieren! Miam, Miam, Miam! Miam! Das ist Orangensaft! Pssss! Pssss! Das ist Apfelsaft! Pssss! Pssss! Ah! Das schmeckt wie alle Säfte zusammen! Pssss! Ja! Denn es ist dein spezieller Regenbogensaft! Pssss! Pssss! Miam, Miam, Miam! Pssss! Pssss! Ah! Peppa lernt gern mehr über Säfte! Und sie liebt ihren leckeren Regenbogensack. Peppa und ihre Familie fliegen mit einem Flugzeug. Juhu, ja. Ich liebe das Fliegen im Flugzeug. Aber nicht jeder fühlt sich im Flugzeug so wohl. Oh, hallo Madame Gazelle. Schorsch und ich lieben das Fliegen. Fliegen sie auch so gern? Ah, Peppa. Eigentlich ist heute mein allererster Flug. Und ich habe Angst. Oh, ich habe eine Idee. Frau Mümmel, können wir höher fliegen? Also richtig, richtig hoch. Klar doch, warum nicht? Es ist richtig toll, wenn das Flugzeug so hoch fliegt, Madame Gazelle. Da, wir sind fast im Weltraum. Zü auch. Zü auch. Au. Können wir richtig tief fliegen, Frau Mümmel? Natürlich. Oh. Zu tief. Viel. Zu tief. Hm. Drehen wir doch einfach ein Looping. Oh. Ja. Das hat wohl auch nicht geholfen, Schorsch. Da, Madame Gazelle. Diese Wolke sieht aus wie ein Vogel. Sehen Sie sie? Ja, ich sehe sie. Und die da sieht aus wie eine erholsame, einsame Insel. Das ist nicht gut. Ich schließe einfach meine Augen und warte, bis wir gelandet sind. Oh je. Hallo. Habt ihr zwei Lust auf ein Malbuch? Die machen Spaß. Oh ja, bitte. Möchten Sie mit uns Figuren ausmalen, Madame Gazelle? Nö, ich schätze, das könnte mich etwas ablenken. Sieh dir das an. Die Linien. Die exakte Darstellung. Unglaublich gut. Fantastisch. Hurra. Wir sind gelandet. Jetzt wirklich schon? Ich hatte so viel Spaß. Ich habe gar keine Angst gehabt. Sag dich doch. Fliegen macht so viel Spaß. Danke für eure Hilfe, Peppa und Schorsch. Nun freue ich mich schon auf den Rückflug. Heute ist Pfannkuchentag in Peppas Spielgruppe. Oh. Das ist Eiscreme. Können wir Pfannkuchen auch mit anderen Mustern machen? Ja, können wir. Wir brauchen dazu nur mehr Pfannkuchenteig. Ja. Peppa gibt Mehl in eine Schüssel. Molly Mietze gibt ein Ei dazu. Wow. Klausi Kleff gibt Milch dazu. Und Luzi Locke rührt die Mischung gründlich um. Madame Gazelle gibt Lebensmittelfarbe in die Teigmischung, damit man danach bunte Pfannkuchenmuster zeichnen kann. Jetzt können wir in der kalten Pfanne das Muster zeichnen, das wir wollen. Danach backen wir den Pfannkuchen. Gibst du etwas mehr Rosa dazu, Luzi? Und etwas mehr hier drüben. Wow. Was ist das? Was zeichnen Sie da, Madame Gazelle? Du wirst schon sehen. Jetzt wird die Pfanne sehr eis werden. Ihr müsst für diesen Teil etwas zurückgehen, Kinder. Alle, hopp. Oh, das bin ich. Der Pfannkuchen sieht genau wie Pepper aus. Ich bin Pepper Pfannkuchen. Und ich bin richtig lecker. Machen wir als nächstes einen Regenbogen? Natürlich gern. Pepper und ihre Freunde geben die einzelnen Regenbogenfarben dazu. Orange. Gelb. Grün. Blau. Ach. Ich habe den Regenbogenpfannkuchen zerstört. Nein, das hast du nicht. Aus dem vielen Blau ist ein schöner blauer Himmel geworden. Ich habe den Regenbogenpfannkuchen. Ich habe den Regenbogenpfannkuchen. Machen wir den größten Pfannkuchen auf der Welt. Hurra. Mit Backpulver werden die Pfannkuchen am fluffigsten. Es reicht schon ganz wenig. Madame Gazelle hat aber viel Backpulver dazu gegeben. Der Pfannkuchen wird immer größer. Oh. Oh. Das hier können wir wohl nicht essen, Kinder. Oh. Aber es ist ein super Trampoli. Pepper liebt den Pfannkurentag. Jeder liebt den Pfannkurentag. Macht sich Pepper ein leckeres Frühstück. Oh. Wo sind denn die Cornflakes hin? April, April. April, April? Was ist das? Heute haben wir den 1. April. Heute bringen sich die Leute zum Lachen, indem sie einander Streiche spielen. Ich habe dich mit den Cornflakes reingelegt. Ich mag lustige Streiche. Spielen wir Papa einen Streich? Das ist eine tolle Idee. Papa Wutz liest gerade auf dem Sofa. Aber Mama Wutz und Pepper wollen ihm einen Streich spielen. Kannst du mir bitte die Brille da geben, Mama Wutz? Natürlich. Pepper und Mama Wutz spielen Papa Wutz einen Streich. Oh, danke. Echt seltsam. Mit dieser Brille sehe ich noch schlechter als zuvor. April, April. Oh, das ist ja eine Scherzbrille. Wirklich lustig. Aber ihr könnt mir heute keinen Streich mehr spielen. Dafür bin ich nämlich viel zu clever. Pepper spielt Papa Wutz noch einen Streich. Oh nein, ich kriege diese Chipsdose einfach nicht auf. Hilfst du mir bitte, Papa? Na klar, Pepper. Oh! Die haben mich aber erschreckt. April, April! Ich bin wieder reingefallen, Pepper. Gut gemacht. Willst du mir jetzt dabei helfen, Mama Wutz auch einen April-Scherz zu spielen, Pepper? Pepper und ihre Familie sind mit dem Abendessen fertig. Jetzt ist die Nachspeise dran. Pepper und ich haben einen leckeren Schokoladenkuchen gebacken. Nicht wahr, Pepper? Ja, das ist aber nett. Er sieht köstlich aus. Oh. Das stimmt was nicht mit meiner Gabel. Versuch's mit deinen Händen. Pepper und Papa spielen Mama Wutz einen Streich. Oh. Hey, das ist gar kein Kuchen. Das ist ein Schwamm mit einer Glasur drauf. April, April! Oh, das war clever von euch. Da fällt mir etwas ein. Schorsch hat hier ein paar Kekse für dich, Pepper. Yeah! Danke, Schorsch. Ich liebe Kekse. April, April! April! Pepper liebt den 1. April. Mama Wutz wird heute einen entspannenden Tag im Spa verbringen. Tut mir leid, Mama Wutz. Ich muss heute früh erschließen. Ich habe ein Schnupfen. Ich hatte mich so auf meinen Spa-Tag gefreut. Machen wir doch einen Spa-Tag zu Hause. Oh, eine super Idee, Pepper. Pepper hat oft gute Ideen. Hallo, meine Dame. Herzlich willkommen im Spa. Oh. Pepper hat das Wohnzimmer in ein edles Spa verwandelt. Als erstes machen wir... Ähm... Was macht man denn so in einem Spa, Mama? Normalerweise beginnen wir mit einem Glas Zitronenwasser. Das kriege ich hin. Ich bringe dir ein zitroniges Wasser vor, Mama. Bitte sehr. Oh. Oh. Mmh. Danke, Pepper. So ein zitroniges Wasser habe ich noch nie gesehen. Und was kommt jetzt? Danach nehme ich immer ein Fußbad. Hurra! Was ist ein Fußbad? Es ist ein ganz kleines Bad. Nur für deine Füße. Okay. Zeit für dein ganz kleines Bad. Nur für deine Füße, Frau Mama. Komm mit, Papa. Pepper und Papa Wutz bereiten ein Fußbad vor. Damit sollte es gehen. Ah, das ist so entspannend. Pepper hat aus dem Fußbad ein normales Wannenbad gemacht. Hier sind die bestellten Bote, Frau Pepper. Ohne Spielzeug und Schaum ist es kein richtiges Bad. Wundervoll. Das würde ich auch Frau Mümmel empfehlen. Was kommt als nächstes, Mama? Jetzt ist es Zeit für eine Massage. Ähm. Ähm. Hier, leg dich auf das Sofa und ich zeige dir, wie es geht. Pepper muss lachen, weil sie sehr kitzelig ist. Du bist dran, Mama. Oh. Das ist ganz anders als meine übliche Massage. Das ist eine Pepper-Spezial-Massage. Tschu-Tschu. So. Als letztes mache ich im Spa immer eine Schlammmaske. Das ist... Eine Maske aus Schlamm. Ja. Ein spezieller Spa-Schlamm, der gut für die Haut ist. Ich glaube nicht, dass wir speziellen Spa-Schlamm im Haus haben. Ich habe eine Idee. Pepper hat sehr oft gute Ideen. Wir brauchen keinen Spa-Schlamm, denn wir haben... Große Schlammpfützen. Das ist meine Schlammpfützen-Gesichtsmaske. Pepper liebt Spa-Tage. Vor allem, wenn sie dabei auch in Schlammpfützen springen darf. Pepper und Emily Elefant haben heute viel Spaß am Strand. Sie lieben das Wasser. Schau, Emily. Ich bin ein Fisch. Blub, blub, blub. Ich habe eine Idee. Oh. Hier sind so viele Fische, Pepper. Oh. Wie machst du das nur, Emily? Hältst du die Luft an? Nein. Ich kann mit meinem Rüssel atmen. Weil er ist so lang. Oh. 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 Was ist los, Pepper? Ich wünschte, ich hätte auch so einen Rüssel. Dann könnte ich unter Wasser atmen und die Fische sehen. Ich habe es. Komm mit mir, Pepper. Tada. Dieses Rohr trägst du in deinem Mund. Damit kannst du unter Wasser atmen. Wie Emelies Rüssel? Genau wie Emelies Rüssel. Wieso klingt deine Stimme so seltsam, Pepper? Wegen des Schnorchels. Damit kann ich unter Wasser atmen. Wie du. Guck. Nein, Pepper. Oh, Pepper. Du musst vorsichtig sein. Bäh. Der Schnorchel ist kaputt. Und das Wasser schmeckt furchtbar. Weil es eben Salzwasser ist, Pepper. Press mit dem Schnorchel im Mund die Lippen fest zusammen. So kannst du durch den Mund atmen, ohne Wasser zu schlucken. Du musst ganz, ganz langsam und tief atmen. Schau her. Pepper übt langsame, tiefe Atemzüge. Versuchst du es nochmal? Ähm, okay. Ich kann es. Ich habe ganz, ganz viele Fische gesehen. Ja, gut gemacht. Danke für deine Hilfe, Emily. Und um den Salzwasser geschmacklos zu werden, kriegst du von Schorsch und mir jetzt... ...Eiscreme. Yeah.